Ja, hallo und herzlich willkommen, köstliches Menschenwesen. Ich grüße dich. Wenn dich der Titel dieses Videos angesprochen hat, dann hast du wahrscheinlich gerade viel zu tun oder viel zu spüren. Da tut sich wahrscheinlich gerade einiges. Du weißt vielleicht nicht genau, wie du da im Balance bleiben kannst, sein kannst mit alledem und wünschst dir irgendetwas, das dir die Möglichkeit gibt, so ganz liebevoll, weich, entspannt einfach mal wieder auszuatmen. Und das, was du einatmest, wirklich dich erfrischen zu lassen, dich erfreuen zu lassen. Und da merkst du, dass ich auch schon ganz stark die Atmung mit einbeziehe, ganz bewusst. Und ich mache das eben, wenn ich wirklich auch so mein Herz schon so schlagen spüre, in einem anderen Tempo, in einem ungewohnt, in einem schnelleren. Wie ich es auch kenne, wenn ich zum Beispiel lange tanzen bin, was ich liebe und dann aber vielleicht die Räume geschlossen sind und dadurch die Musik einfach schon so wirklich unter die Haut geht. Dann klopft der ganze Körper auch in diesem Tempo. Die Zellen sind wie eine Trommel gespannt und in Vibration. Meine Technik, die ich da sehr gern und effektiv anwende, ist, einatmen, solange du kannst, dann den Atem halten. Das geht oft überraschend lange und dann wieder loslassen. Und auch dort wieder halten. Bis wirklich alle Luft draußen ist. Also das, was ich mache, ist wirklich die ganze Energie hochziehen und dann in diese Stille entfalten. Weder einatmen noch ausatmen. Halten. Am Platon sein. Ankommen. Da sein. Und erst, wenn du wirklich nicht mehr kannst, dann lässt du die Luft wieder heraus. So lange, bis alles draußen ist und dort bleibst du wieder stehen und sinkst einfach ein. Also ich erlebe das dann auch, dass sich die Zellen so ausdehnen. Und es breitet sich ganz automatisch so eine ganz tiefe Fülle von Stille aus. Es ist ein Reichtum an Stille. Und es ist ein Reichtum an Stille. Da ist ganz lange nichts, wie er spürt. Und bleiben. Ja, und das mach einfach in deinem Tempo. Und bei mir ist es so, ich merke immer wieder, boah, und es geht noch länger und noch länger und noch länger. Dieses Halten, dieses Halten, und einfach sein. Ja, deswegen habe ich auch dieses köstliche Bild vom Wörtersee, der Abendstimmung, für dich gewählt. So genieße einfach deinen Atem, dein Ankommen, dein ganz zu dir kommen. Ich wünsche dir viel Freude. Ich freue mich wie immer, wenn du auch hier unten in den Kommentaren postest, wie es dir damit geht, welche neuen Erfahrungen du gemacht hast. Und wenn du den Kanal abonnierst, dann können das auch viel mehr Menschen sehen. Ich danke dir, ich herz dich, ganz viel Freude mit dir, deinem Wesen, deinem Atem. Ciao.